Hallo, hier ist Kirmes Fabian und heute befinde ich mich hier auf der Martini Kirmes in Dienstlaken, die hier vom 9.11. bis 13.11. stattfindet. Einige von euch werden mit Sicherheit merken, dass die Kirmes nicht mehr wie gewohnt in der Innenstadt stattfindet, sondern hier an der Trabrennbahn. Die Kirmes ist nun leider etwas versteckt, aber dennoch kann man sie finden. Und nun machen wir wieder einen gemeinsamen Bummel über dem Rummel. Ich befinde mich hier vor das Laufgeschäft Freddy Sierkos von Zinecker. Dieses Jahr im Frühjahr wurde das Laufgeschäft umgebaut und von außen machte schon mal sehr viel her. Und nun schauen wir mal, wie es innen drin ist. Das Laufgeschäft von Zinecker. Das Laufgeschäft von Zinecker. Das Laufgeschäft von Zinecker. Der Aufstieg auf Freddy Sierkos hat bisher schon mal sehr viel Spaß gemacht, war bei mir mit sehr guten Parcours überzeugt. Ich bin nun auf den Abspieg mit der langen Rutsche gespannt. Wie fandest du das Laufgeschäft Freddy Sierkos? Gut. Danke. Hallo, wie fandest du das Laufgeschäft Freddy Sierkos? Es war ganz schön spaßig. Danke. Hallo, du warst ja jetzt gerade in Freddy Sierkos. Wie hat dir das Laufgeschäft gefallen? Ja, eigentlich ganz gut. Danke. Also, ich fand's ganz okay. Und wie fandest du das Laufgeschäft? Ich fand's auch okay. Danke. Sehr gut. Der Umbau zu den Namen Freddy Sierkos ist wirklich sehr gelungen. Das Laufgeschäft bietet sehr viele und gute Parcours, nicht nur für kleine, sondern auch für große. Ich kann das Laufgeschäft auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann das Laufgeschäft auf jeden Fall sehen. Ich kann das Laufgeschäft auf jeden Fall sehen. Ich bin hier von der schönen und familienfreundlichen Hexentanz von Magma. Das Geschäft ist einzigartig hier in Deutschland und ich werde jetzt nun mal die Fahrt hier genießen. ich werde jetzt eben hier ein bisschen werden. Ich werde jetzt dennoch mit dem Francis Lauf pads Rinne kommt. So ein, was? Das war eine kleine Gesichtskontrolle. Wie schaut's denn aus hier? Könnt ihr noch? Ja, was denn, was denn? Wollt ihr noch malen? Ja! Das war eine kleine Gesichtskontrolle. Wie schaut's denn aus hier? Könnt ihr noch? Ja, was denn, was denn? Wollt ihr noch malen? Ja, das war eine gute Idee. Ich frage ihn auf meine Seite. Vorsche an der Fahrbahn. Ja, das war sehr. Herr Körbücher, ich wollte Ihnen noch malen machen. Nein, das war ja auch. Bis zum nächsten Mal.